Hi Leute und willkommen zurück zu Magikatzweil mit dem Loch Toad Und nervigen Gesprächen oben Oh endlich haben sie aufgehört Stoßt eine... Okay, warte, wir machen den Drecks Die Magik-Schnellposition werden über dein Element am unteren Bildschirm angezeigt Diese zeigen dir die Magiks an die du an jeder Position ausgerüstet hast Wie man sie zaubert und den Fokuslevel jeder Stufe Nachdem du eine Magik mit der Magik-Schnellposition gezaubert hast Du musst dein Fokus sich wieder auffüllen, bevor du es wiederverwenden kannst Benutzt du eine Elementkombination, um meine Magik zu saubern zu bedeuten Das ist kein Fokus, das Magik-Schnellposition-Menü kann mittels Drücken vor der rechter Maustaste Auf meine A-Magik-Position geöffnet werden Ist dieses Menü geöffnet, wird die Elementkombination eines jeden Magiks angezeigt Ach, das bleibt wieder Ja, das bleibt Stunden So, okay, verstehe ich nicht Aaaaach Aaaaach Hier unten, kommt her, dann zeige ich euch wie man kämpft Ach, Excelsior Ach, Excelsior Ach, Excelsior Ach, oh Gott What? Hahahaha Ups, ich hab dich total Ja 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 Ich glaub dem, ich glaub dem gefällt das Hört Aaaaach Bester Kiebe Twitter, die Bester Kiebe Ein großer Fels Den kann ich mal runter Ja Ja, drück mal eins Ah ja, toll Hat nichts gemacht Wieso komm ich nicht wieder? Weiß nicht mehr, was für eine Taste da Wiederbedingungszauber war Den kriegen wir glaub ich erst Aber dafür ist doch eigentlich dieses Ding da Du kommst schon an Irgendwann losgehen Oh, fast hätte ich es vergessen Es ist gefährlich alleine mit bis zu drei Freunden loszuziehen Nimm dies Ah, ich glaub das ist der Schuss Ach so Wiederbelebung Ach, was für ein Glück Das haben, wussten wir natürlich, wollten wir jetzt demonstrieren, wie das funktioniert hier direkt Wiederbelebung ist eurer wichtigste Magik K2 Eilen und Blitz Ah Ergibt Sinn, ja Aha, interessant So wird gezaubert Kapitel 3 Einige Elemente heben sich gegenseitig auf Beispielsweise können die Elemente Blitz und Wasser nicht zugleich eingesetzt werden Das trifft auch auf die Elemente Leben und Tod zu Ihr könnt euch dies zunutze machen, um versehentlich Beschworene Fick dich Verschiedene Kreaturen haben verschiedene, unterschiedliche Stärken, Widerstände und Schwächen Manche werden sogar von Elementen geheilt, welche andere Kreaturen Schaden zu fügen Zauberer müssen mit diesen verschiedenen Elementen experimentieren, um die beste Kombination für den jeweiligen Gegner herauszufinden Oder so ähnlich Ach, das hast du perfekt gemacht Danke Nette Brücke Sieht aus wie ein Gebäude Eile Artefakteset normal Freigeschaltet Freigeschaltet Eile Seltsame Tode Teil 2 Leben Teil 3 Robe des Zauberers Weiß Oh, wir haben das gleiche freigeschaltet Unfassbar Fortsetzen Ich glaub das war der Prolog jetzt, oder? Das war bestimmt der Prolog Ach guck mal, das kann man jetzt auch Eile Jetzt haben wir Eile Jetzt können wir Eile und Eile 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 So, sonst ist das Bild aus dem Bild. Oh, Treffer. Oh, falsches Spiel. Was? Ach so, weil ich hier im Spiel von Tränien stehe, von dem Russen. Ich mache es kaputt. Oh, oh nein. Was hast du getan? Ich mache einen Stoß. Oh, Vladislav. Nein, du dies nicht. Oh, was steht hier? Fröhlichen Tag der gegenseitigen Abhängigkeit. Hallo, Menschen. Das ist eine ganz normale Kiste, die man festgebunden hat, damit es nicht zu Unfällen kommt. Klingt hungrig. Abstand halten. Okay. Wollte ihn nicht aufhauen. Warte mal, wie war das? Geh mal da weg. Hey, geh mal weg. Sieht cool aus, aber bringt nichts. Irgendwann. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Oh, ist das eine größere Kiste? Nein. Geh hier jetzt raus. Oh mein Gott. Oh, ein Steffhäschen. Wie kuschelig. Hast du noch irgendwas? Ich... So viele Menschen. Oh, es brennt. Oh nein, Wasser, Wasser, Wasser. Es brennt. Das ist auch gleich das Besteck gespült. Tja, ihr seid gar nicht eingeladen. Hallo, wir haben... Drei blöden Fühel. Aber nicht das mit der Lurga. Oh, Pferde. Ich möchte kurz anmerken, dass ich wirklich völlig überfordert bin von der Steuerung. Nee, da gibt es eine Aromenschaft. Pferdeflüsterung. Die können denn aus Holzfleisch kommen? Oh, Eispfeile. Also, wir hatten gerade ein Haus gekauft und wollten eine Familie gründen. Was macht ihr denn jetzt? Nee, was mache ich denn jetzt? Verkackt. Blöd. Was wolltest du sagen? So, äh... Ich möchte... Wollte... Ich habe keine Ahnung. So, sollen wir nach rechts oder nach links? Ich glaube, rechts geht es weiter. Gehen wir mal nach links da durch. Ich glaube, da geht es hier nur. Na, jetzt habe ich... Jetzt heißt es ja auch die andere Musik. Ja. Yeah, Pferde. Oh, hat es euch gelohnt. Ja, nee. Kann ich... Warte mal. Wie kann man sich nochmal trocknen mit Feuer, ne? So. Sehr schön. Oh, was steht hier? Entfernung bis zum nächsten Meilenstein? Weniger als zwei Meilen. Ja. Hau den Zauberer. Soll ich? Ja, holen. Holen. Kann ich nicht. Joa, bringt ja nicht zu viel, ne? Hm. Ja. Oh. Ist das jetzt auch Pferdeflüsterer? Nein, ich habe die schon durch dich gekriegt. Glaube ich. Ach so. Nee, das waren aber zwei von drei Pferden hatte ich noch. Hilfe. Arbeit. Alle eure Feiern sind gehörig von uns. Oh nein. Okay, warte, aber Eispfeil war... Oh fuck. Rd. Nein. Friere mich halt ein. Weil das Spiel... Weißt du, was mich am meisten nervt? Oh, sorry. Was mich am meisten nervt, ist einfach, dass ich halt nicht links bin, sondern rechts. Das irritiert mich so sehr. Ja, ich gucke immer auf deine Stats, statt auf meine. So. Ja, heil. Schiff. Danke. Warte, warte. Äh, W... Ne, ich wollte nochmal W und... Was war das? W und DE, ne? Naja, hat's ja... Wie war das? W und E und Shift und... Da, das war das. Oh Gott. Du musst schon reingehen in die Mien. Ja, aber ich wollte ja nur gucken, wie das... Ich war ja schon voll. So. Mit dem Dampfkäse hoch. Alter, ist der Kuh. Boah, ich bin völlig... Überfordert? Mhm. Schweineflach! Ah! Oh mein Gott, die brennen echt. Und ich gucke die ganze Zeit auf dich. So ein Mist. Mach dich nach. Feuer. Ich brenne die Leiche. So. Tisch brauchen wir nicht mehr. Mach den Tisch weg. Das, das geht, der ist nett. Aber hier ist noch ein Böser. Und ein paar Gute. Ja, macht nichts. Das kann man auch nicht halt, ne? Das... Auf, also, auf alles kann man halt auch nicht achten, ne? So. Ups. Guck mal, hier sind ganz viele Ameisen. Oh, ihr geht. So fängt man sich Ameisen ein. Ja, wenn man einen Pech nicht macht. Jederlichen toten Menschen. Äh, was tue ich? Warum lege ich? Äh, warum bin ich? Fah. Wieso bin ich? Wieso bin ich? Die Frage, die sich die Menschheit seit einem Beginn stellt. Komm her, komm her. Äh. Alter, ist das cool. Rüst einfach mal dein Schwert mit so einem Dampfzauber aus. Mit was? Also Feuer und Wasser? Feuer und Wasser voll und dann aufs Schwert legen. Das war mit. Das macht bei mir einfach so viel Schaden. Okay. Hallo, Mensch. Jahrhundert, ne? Das ist so brutal. Ja, macht nix. Du machst den Dauernschaden. Feuer plus Schiff plus mittlere Maustaste macht. Mega Boom. Das Feuer plus Schiff? Plus mittlere Maustaste. Ach so. Oh, der Capri. Sonne. Oh, Goblins greifen an. Wie ärgerlich. Wir sehen uns, wenn ihr den Kristallbucht erreicht habt. Viel Glück. Den Kristallbucht. Den Kristallbucht. Kennst du nicht? Äh, ich glaube... Warte mal. Ach so. Lebe. Euer Lippig. Fuck it. Was ist denn hier los mit euch? Ich hoffe, es könnte von mir jemand kommen. Ja. Hoppika. Geh da weg. Geh da weg. Hör auf damit. Oh, mein Gott, stirbt. Ja, die tue ich ja nicht. Aber lass mich halt einfach aus dem Spiel. Was? Ja, siehste. Das kommt nämlich dann wieder davon. What? Ich hab mich nicht wiederbelebt. Hab ich doch. Ich hab auf den Wiederbeleben-Knopf gedrückt. Ja, sieh dir das in der Aufnahme an. Sieh es dir an. Sieh es dir an. Ja, ja. Was hab ich denn jetzt? Warte, warte, warte. Oh, das macht ein bisschen mehr Schaden. Aber auch nur einmal. Sorry, war extra. So, Bitch. Wie schade, dass heutzutage bei jeder Gelegenheit getrunken werden muss. Merderstrahl. Einst warm und voller Leben springt Hölle der Feuer für viele. Beliebte Kinder in aller Welt. Lass deine Verschwängung vor Zügel. Also, nein. Ich hab das repariert. Da hab ich die ganze Woche nicht geschafft. Sehr schön. Wenn man die Puppe in die Augen guckt, lässt ihre intensive Starren einen Kopf schwimmen. Aber das Gefühl... Was zum Fick? Egal. Pass mich. Ich will nicht mehr lesen. Geh da weg. Ich will nicht mehr lesen. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Nichts. Gar nicht. Das ist mal eine andere Musik. Langweil. Oh, nee. Einkaufsliste. Einkaufsliste. Es waren zwei Zaubererorden am Platz, sich oben grenzen zu mordern. So ist ein Mensch. Ah. Halt. Au. Sorry. 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 Und weiter geht's. Tanz, 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 kleine Schweinchen. Boogie, boogie. Hey, schnell. The super happy clappin'a oomani. Hahaha. Hahaha. The super happy clappin'a oomani. Super happy clappin'a oomani. Hahaha. Schön. Steh. Oh, warsch. Oh. Oh. Ich lauf da halt auch mal rein. Mann. So, warte, wie war das, äh, eh, auf mich selber. Hat ja gar nicht geklappt. Nee, links. Nee, links. Darüber, da, ich da noch was. Ich belebe mich halt mal wieder. Ah, nein. Nein. Du lebe mich wieder. Nee, warte. Du lebe mich wieder. Drück einfach vier. Drück nur, ich glaube, auf den Dier. Okay, du bist... Wackel. Wackel bin ich. Und hab mir selbst denken. Fuck. Ist das Schild mit dem Todeselement. Komm, mir. Und dann? Dann heilt ja der Todestraube. Also der Todesstrahlen, die die schießen, heilen das. Surprender. Surprender. Warte mal. Also E und, und S. E und S. Da kann man... E und S. Ganz viel S. Okay, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber... Ja. Allerdings. Ich sei nicht. All. Ich bleibe einfach bei... Danke. Du bleibst einfach hier am Besten. Danke. Ich will aber da drüben hin. Da drüben kannst du nicht rein. Das hab ich schon probiert. Ach, das ist doch eine dreiste Lüge. Ich stirb halt noch zehnmal. So. Was ist hier? Oh. So. Ups. Und was hinter diesen Toren lauert's, das sehen wir in der nächsten Folge von Magica 2. Bye. Sind wir jetzt böse Zauber? Äh, nee. Aber ich bin... Böse. Tschüss. Tschüss. Amen.